Frühmorgens, schon bei der Anfahrt von Weitem zu sehen, der Lange Jan, Schwedens höchster Leuchtturm. Diese wurde bereits 1785 errichtet. Wir sind, wie so oft, viel zu zeitig und sind die ersten, die zu so früher Stunde vor dem Leuchtturm stehen. Einlass erst zu jeder vollen Stunde ab 10 Uhr. Macht nichts. Ein geschützter Vogelbeobachtungsstand ist er nur einen Steinwurf weit entfernt. Also, Telekanone auspacken und auf Jagd gehen. Natürlich nur bildlich gemeint. Und da tummelt sich einiges auch nicht alltägliches. Auf der gegenüberliegenden Seite in einem ganz anderen Fotolicht. Eine ganze Kolonie Seehunde. 10 Uhr. Der Leuchtturm ist offen. Also, nichts wie die 197 Stufenrauben. Belohnt wird man dann oben mit tollen Ausblicken. Der Lange Jan. Ein Muss auf Öland.